Hallo und herzlich willkommen zu Spirituell und Erfolgreich, der Podcast für deinen Herzensweg. Mein Name ist Robby Altwein und ich freue mich riesig, dass du heute wieder dabei bist. In der heutigen Episode möchte ich mit dir über die Sterne vom 16.11. bis 22.11.2020 sprechen. In der neuen Woche wandert die Sonne durch das Zeichen Skorpion. Bis zum Samstag, dann geht sie in den Schützen. Also wirken jetzt in dieser Woche ganz besonders nochmal die Skorpion-Energien. Und wenn ich heute hier über die Wochenenergie spreche, möchte ich nochmal zwei kosmische Ereignisse in Erinnerung rufen, die jetzt in den letzten Tagen stattfanden. Und zwar einmal am Donnerstag, dem 12.11., da war Jupiter und Pluto ganz nah beieinander. Die beiden bildeten eine Konjunktion. Ein neuer Zyklus begann und dieser Zyklus dauert 13 Jahre. Jupiter steht für die Bewusstseinserweiterung. Pluto steht für die Transformation. Es wurde eine Energie freigesetzt, wo wir jetzt immer mehr und immer mehr erkennen können, wer wir sind. Es geht um Wahrhaftigkeit. Es geht auch darum, seine Lebensaufgabe zu erkennen. Es geht auch darum, neues Bewusstsein darüber zu erlangen, wer du in Wahrheit bist. Also die Energien der Einweihung wirken jetzt ganz besonders. Vor allen Dingen ist das so spannend, dieser Zyklus, weil nämlich der Neumond, der jetzt am Sonntag am 15.11. stattfand, die Energien dieses Zyklus noch einmal verstärkt hat, beziehungsweise so richtig freigesetzt hat. Man kann sagen, das große Thema, es geht um Wahrhaftigkeit. Ja, der 3D-Mensch glaubt, ich sage, was ich denke und fühle, das ist wahrhaftig. Gefühle kommen, Gefühle gehen, Gedanken kommen, Gedanken gehen. Was sich in einem Moment als Wahrheit anfühlt, als wahr anfühlt, ist morgen schon wieder ganz anders. Wahrhaftigkeit ist viel mehr, als dass ich jetzt sage, was ich fühle. Wahrhaftigkeit ist zu erkennen, wer du wirklich bist. Ich kann nur eins sagen, glaube nicht deinen Gedanken. Glaub nicht allen Gedanken, die du hast. Denn viele Gedanken sind einfach nicht wahr. Und ein Gedanken auszusprechen, den du gerade hast, das hat nichts mit Wahrhaftigkeit zu tun. Solange die Gedanken nicht von Liebe und Licht erfüllt sind, sind sie nicht wahr. Ich wiederhole noch einmal, solange Gedanken nicht von Liebe und Licht erfüllt sind, sind sie nicht wahr. Liebe ist die Wahrheit und du wirst das jetzt immer mehr erkennen können. Der Mensch identifiziert sich mit seinen Gedanken, doch du bist nicht deine Gedanken. Du bist reines Bewusstsein. Innerhalb des Bewusstseins steigen Gefühle auf, steigen Gedanken auf, aber sie verschwinden auch wieder. Sie kommen und sie gehen. Sie kommen und sie gehen. Und das wirst du jetzt immer mehr erkennen, dass du nicht der Denker bist, dass du nicht die Gedanken bist, sondern dass du Beobachtung bist, dass du ein Beobachter bist. Du beobachtest immer mehr, wie Gedanken aufsteigen. Dir gelingt es immer mehr, mit einem gewissen Abstand Gedanken, die in dir aufsteigen, wahrzunehmen. Du kannst diese Identität mit dem Denker in dir aufbrechen. Du kannst diese Identität mit den Gedanken in dir aufbrechen. Jetzt fragst du vielleicht, wie machst du das? Was mir geholfen hat, ist einfach Meditation. Dass du einfach zum Beispiel deine Aufmerksamkeit auf deinen Atem legst. Einatmen und wieder ausatmen. Ganz beim Atem sein. Einatmen und wieder ausatmen. Und dann bemerkst du, dass ein Gedanke aufsteigt. Und aus der Gedanke wieder verschwindet. Man kann sagen, wenn dein Herz offen ist, wird es dir viel leichter sein, dass du immer mehr in dieses Beobachten hineinkommst. Andersrum gesagt, je mehr du lernst zu beobachten, was in dir vorgeht, je mehr du lernst zu beobachten, ohne in Gedanken zu sein, öffnet sich dein Herz. Und wenn dein Herz öffnet, kannst du diese wunderbaren Energien des Skorpions nutzen, um so richtig tief einzutauchen in dein wahres Sein, in die Liebe, in die Fülle, in die Glückseligkeit. Der Skorpion, das achte Zeichen, ja, diese Acht, wenn man dir auf die Seite dreht, ist ja dieses Zeichen der Unendlichkeit. Jetzt kannst du deinen wahren Geist, dein unendliches Wesen erkennen. Der Skorpion ist eine riesige Chance, ist ein riesiger Segen. Vor allen Dingen dann, wenn wir lernen, immer mehr zu beobachten, wenn wir lernen, unser Herz zu öffnen, dann kann diese Energie das größte Geschenk dir bereiten, den größten Segen manifestieren. Ein offenes Herz ist das Tor zu deinem wahren Sein. Und genau darum geht es ja im Skorpion. Dein wahres Sein zu erkennen, den Dingen auf den Grund zu gehen. Jetzt kannst du loslassen alles, was du nicht mehr willst. Jetzt kannst du deine Ängste und Sorgen loslassen. Jetzt kannst du alles loslassen, was dir nicht gut tut. Weißt du, diese Dinge erscheinen, aber sie sind nicht deins, sie erscheinen in deinem Bewusstsein. Und das wirst du immer mehr erkennen können, dass Ängste und Sorgen Phänomene sind, die in deinem Bewusstsein aufsteigen. Das sind Dinge, die zwar erscheinen in deinem Bewusstsein, aber die dich nicht wirklich ausmachen. Was dich wirklich ausmacht, ist das, wenn du alles loslässt, zurückkommst, in die Stille gehst. Dann beginnst du immer mehr das zu erleben, was du bist. Frieden. Glückseligkeit. Liebe. Eine Harmonie mit allem, was ist, zu allem, was ist. In dieser Woche haben wir auch Sonne, Sextil zum Saturn. Das ist eine wunderbare Energie, wo wir jetzt auch noch an Kraft und Stabilität gewinnen können. Vor allen Dingen, wenn du auf Freude und Liebe baust. Menschen, die auf Angst bauen, also die in die Angst reingehen und von den Angsten heraus ihr Leben formen und machen, erzeugen so immer wieder Chaos in ihrem Leben. Denn Angst ist einfach eine zerstörerische Kraft. Es ist eine destruktive Kraft. Und das ist etwas, was wir jetzt auch immer verstehen können. Den Dingen auf den Grund gehen, Skorpion. Diese Phänomene durchschauen. Das ist wie so eine Einweihung in die Gesetze der Energie. Wenn Schatten in dir aufsteigt, in Form einer Angst, einer Sorge oder wie auch immer. Beobachte ihn. Beobachte ihn. Aber schenke ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit, sondern begegne ihnen einfach mit Liebe. Begegne ihnen mit Liebe. Richte deine Energie. Richte deine Energie selbst immer wieder auf das Hier und Jetzt. Richte die immer auf dein Herz, immer auf den Frieden in dir aus. So wirst du immer mehr auch das anziehen. Frieden und Liebe. Du bekommst das, was du dir immer wieder bewusst machst. Deswegen sich ständig mit dem Schatten auseinanderzusetzen, wird dafür sorgen, dass du immer mehr solche Dinge in deiner Realität rein projiziert siehst. Wenn du dagegen einfach, wenn ein Schatten aufsteigt, dem mit Liebe begegnest und sagst, okay, du darfst sein, aber ich schicke dir all meine Liebe. Und dann im zweiten Schritt dich wieder auf Liebe und Frieden ausrichtest, in die Stille gehst. Wird sich mehr Frieden, mehr Liebe, mehr Fülle in deine Realität hinein projizieren. Werden die hinein projiziert durch deinen Geist. Denn du projizierst die Dinge hinein. Du manifestierst die Dinge. Die Macht liegt in dir. Und das wirst du immer mehr erkennen. Wie mächtig du bist. Wie stark du bist. Was du für eine Kraft und Power hast. Das ist Sonne im Skorpion. Dass du erkennst, dass die Macht in dir liegt. Und genau darum geht es jetzt in diesem Jupiter-Pluto-Zyklus, der neu eröffnet wird. Dass du erkennst, wer du bist. Jetzt erwachen immer mehr die Lichtarbeiter, die ihre Aufgabe auch annehmen. Und anderen Menschen helfen, aus diesem Chaos herauszukommen, indem sie die Macht ihres Geistes kennenlernen. Dabei geht es aber nicht darum, Menschen zu bekehren in diesem Sinn. Sondern wahre Lichtarbeit beginnt bei dir selbst. Schau, dass du in den Frieden kommst. Schau, dass du diese Liebe in dir stärkst. Schau, dass du das Licht in dir stärkst. Dass dein Licht leuchtet. Und wenn du in dieser Liebe und in diesem Frieden bist, dann werden Impulse in dir aufsteigen. Ideen kommen, wo du dann einfach diese umsetzt und rausgehst und andere Menschen inspirierst. Und so bewirkst du die Transformation in deinem Leben und hilfst im zweiten Schritt anderen Menschen dabei, diese Transformation zu realisieren. Denn genau darum geht es ja. Diese große Transformation zu bewerkstelligen, die jetzt hier im November 2020 stattfindet, aber mit voller Macht, mit voller Kraft in den neuen Jahrzehnten sich manifestieren wird. Die Sterne in 2020 bis 2030, habe ich ja ein neues Video gemacht, wenn du es noch nicht kennst, schau dir das unbedingt an. Da habe ich gesprochen über die große Transformation, die sich jetzt in deinem Leben und aber auch im menschlichen Kollektiv manifestieren möchte. Und wenn du die Zeit heute und hier nutzt, jetzt diesen gegenwärtigen Moment, denn das ist das Einzige, was es gibt, das Hier und Jetzt, dass du dich hier und jetzt auf dein Herz ausrichtest, dein Herz öffnest, dich für die Liebe öffnest und dich immer mehr von der Liebe durchdringen lässt, geschieht die Transformation in deinem Leben. Und wenn du diesbezüglich noch mehr Unterstützung willst, dann habe ich eine wunderbare Neuigkeit für dich. Ich werde ab sofort auf Telegram, ich habe ein Telegram-Account, tägliche Sprachnachrichten, kurze Sprachnachrichten, wo ich über die aktuellen Energien, über die kosmischen Energien spreche, werde ich dort posten, exklusiv dort, weil es der einzige Kanal ist, wo ich Sprachnachrichten posten kann. Die dauern immer so zwischen drei und fünf Minuten. Also wenn du tägliche, kurze, kosmische Botschaften, sowas wie du hier eben bekommst, ja, bloß eben täglich haben möchtest für den Tag, für die Tagesenergie, dann folge mir unbedingt auf Telegram. Dort gibt es diese kosmischen, energetischen Botschaften jeden Tag. Und noch viel mehr, noch viel, viel mehr gibt es auf meinem Telegram-Channel. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir gerne einen Daumen hoch, schreib auch gerne in die Kommentare rein. Ich freue mich, von dir zu lesen. Wenn du eine Meditation wünschst, zur Verbindung mit deinem wahren Selbst, schau gerne auf meine Website, robbiealtwein.com. Dort findest du eine Gratis-Meditation. Wenn du mit dieser arbeitest, mal vier, fünf, sechs Wochen, wirst du spüren, wie du immer mehr in die Energie, wie du immer mehr in die Leichtigkeit, wie du immer mehr in den Frieden hineinkommst. Denn jetzt ist die beste Zeit, um sein wahres Selbst zu erfahren. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit, für dein Vertrauen. Ich wünsche dir alles Liebe und eins noch wie immer, folge deinem Herzen. Mach's gut, alles Liebe. Ciao.